Waldi WALDI Ey WALDI Was sind das die komischen Menschen hier? Sie haben so Silberanziecke, große Augen, schwarze Brille Und sie suchen Waldi, sie fragen mich die ganze Zeit wo Waldi ist Was soll ich ihnen sagen Waldi, wo bist du Waldi Die wollen wissen wo du bist Waldi, was soll ich jetzt machen Waldi Die haben gesagt entweder ich schaff dir wo Waldi ist oder die entführen mich Waldi ich will nicht die Erde verlassen Waldi also frag ich nochmal wo bist du Waldi Bist du zuhause Waldi ich hab ihnen gesagt dass du Luis kennst Und ich hab gesagt Luis ist großer Mann Der wird dich verprügeln wenn die dich mitnehmen wollen Aber das ist ihnen egal Waldi dann hab ich ihnen erzählt dass Luis hippie ist Ja und der Klass vielleicht hat ob sie Klass probieren wollen und dich dann in Ruhe nachzulassen Aber die wollen es nicht Die wollen unbedingt dich sprechen Waldi ich weiß nicht was die von dir wollen Junge Waldi anscheinend spielt sie für die eine große Rolle Und die haben gesagt wenn die dich nicht haben können und dich nicht finden nehmen die mich mit Waldi Waldi das ist kein Spaß mehr Wo bist du Waldi Und ich bin aber nicht